Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein ganz langes Video für euch, was ihr so von mir wahrscheinlich noch nicht kennt, aber ich dachte mir, ich halte es für mich selber sowieso natürlich fest, weil das mein größtes Projekt bisher war und einfach auch als Erinnerung und habe das aber auch für euch mitgefilmt, damit ihr so ein bisschen seht, was ich so als mein größtes Projekt gerade angegangen bin und es hat auch relativ lange gedauert. Ich musste so ein bisschen überlegen, was möchte ich machen, wie möchte ich es machen, habe auch als ich angefangen habe noch nicht ganz so diesen Effekt jetzt gehabt, ich weiß, was ich tue, aber ich finde das Ergebnis, ich mag es, ich finde es schön und ich bin gespannt, was die und der Beschenkte dazu sagen und genau, ich fange einfach mal von vorne an. Ich gehe am 12.8., also wenn ihr das Video seht, haben die Brautleute nämlich das Geschenk schon erhalten, deswegen kann ich das auch hochladen und bisher habe ich es immer noch zurückgehalten, weil ich eben der Meinung bin, ich darf nichts hochladen, gerade weil meine Freundin eben auch immer mal wieder mein Video schaut und genau, aber ich habe mir nämlich überlegt gehabt, ich möchte gerne ein Hochzeitsgeschenk aus Epoxidharz machen und habe dann so ein bisschen so Ideen gesammelt, was kann ich denn machen und habe dann schon mal versucht, so kleine Deko-Teile zu basteln, mir war noch nicht klar, was nutze ich jetzt wirklich, was nutze ich nicht, gab unterschiedliche Sachen, dann wusste ich so ein bisschen, ich hoffe, das ist auch so geblieben, dass der Brautstrauß mit gelben und roten Blumen ist, dementsprechend habe ich auch gelbe und rote Blumen als Deko-Streuteile gemacht und habe vorher mit dem Pigment-Pulver das Ganze eingepinselt, diese Silikonform für so eine Blume und habe dann mit klarem Harz aufgegossen. Ich fand den Effekt relativ schön, wenn man es vorher einpinselt und dann erst mit dem Klaren rübergießt, man kann natürlich auch das Klare erst einfärben und dann reingießen, aber wie gesagt, für mich war das jetzt erstmal so die schönere Variante und habe aber eben auch beide Varianten dann letztendlich genutzt. Habe auch wieder mein Lieblings-Epoxid-Tarts genutzt, was ich immer nutze. Falls ihr euch übrigens wundert, was so für Hintergeräusche sind, Hintergrundgeräusche, ich habe das Fenster offen, weil wir haben ja Sommer und es ist warm und genau und habe heute das Glück, wo ich es aufnehme bzw. euch dann schon vorbereite. Es ist nicht ganz so warm und ich bin gespannt, wie die Hochzeit selber wird und bin schon sehr hibbelig drauf. Es ist meine zweite Hochzeit, wo ich dabei bin und dementsprechend, ja. Ich habe übrigens diesmal nicht komplett beim Rühren mitgenommen, weil dieses Video schon generell sehr, sehr lang ist und dadurch dachte ich mir, Rühren habt ihr mich, glaube ich, schon sehr, sehr oft gesehen und genau. Ich habe die kleinen Formen, die sind wirklich sehr, sehr klein auch gewesen, habe ich dann mit so einem Spate versucht, da das Ganze reinzufüllen und genau, also dementsprechend ist das dann so ein bisschen leichter gegangen, als wenn ich es jetzt reingegossen hätte, weil da wäre mir bestimmt endlich jetzt wieder rübergeflogen irgendwie über die Form und das wäre jetzt auch nicht schön gewesen. Genau. Also wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Hochzeit selber und wie es so wird und vielleicht auch wie sie mein Geschenk finden. Ich will euch auch nicht die ganze Zeit eigentlich zulabern, aber ich möchte euch natürlich auch an meinen Gedankengängen dann auch teilhaben lassen, warum ich das so gemacht habe und wäre ich nicht anders. Ich glaube, es gibt unheimlich viele, die ja selber auch mit Epoxidharz arbeiten, die mir teilweise folgen oder das dann auch sehen, die dann sagen, oh, warum hat sie das denn jetzt so gemacht. Letztendlich probiere ich ja oft viele Dinge noch aus und schaue erst mal, wie funktioniert es und ich mache es zwar ja schon relativ lange jetzt eigentlich, aber ich mache es halt nur ab und an und habe dementsprechend einfach bestimmte Erfahrungen noch nicht gemacht und ich möchte halt nur Dinge auch anfertigen, die ich auch irgendwann gerne mehr brauche, sage ich jetzt mal, ob es jetzt Untersetzer sind, ob es Buchstaben sind. Es gibt natürlich immer Sachen, die ich auch gemacht habe, weil ich noch Rest-Epoxidharz hatte, aber genau. Ich kann euch ja vielleicht nochmal die Basics sagen vom Epoxidharz. Es ist wichtig, erst mal von dem ganzen Ausstattungsding, dass man eine Maske hat, dass man Handschuhe hat, dass man immer gut aufpasst, dass man eben auch eine Unterlage macht. Meinen Tisch, mittlerweile decke ich ihn ab. Ich habe es damals nicht so richtig gewusst, muss ich mal sagen, aber er sieht nicht mehr schön aus. Ich überlege immer noch, ob ich mir da irgendwie eine Folie drüber mache, so eine Aufklebefolie und dann ein bisschen besser aufpasse. Und wie gesagt, jetzt mache ich es immer mit großen Müllbeuteln. Die kann ich später dann auch nochmal nutzen, nämlich tatsache Müll reinzumachen, aber so kann ich erst mal den Tisch abdecken, kann den unheimlich oft nutzen, kann auch die Innenseite dann auch mal nutzen, dass ich dann eben dementsprechend das Ganze dann einfach so oft wie möglich halt nutze und dem Ganzen dann nicht verschwende. Ja, und dann habe ich das Ganze, ich habe eine große, also groß ist jetzt, es gibt bestimmt noch größere Silikonformen, aber ich habe mir eine etwas größere wie eine Art Tablett. Die wurde so ein bisschen abgestützt. Ich glaube, ich habe es zum Anfang nicht ganz richtig gemacht, muss ich mal fairerweise sagen. Dadurch sind mir auch ein paar Dellen dann reingekommen. Aber mittlerweile weiß ich es besser. Ich kann es also auch beim nächsten Mal nochmal besser machen, noch viel, viel besser. Und aber gut, für mein erstes Mal war das trotzdem vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, die Silikonform wird mit diesen Holzsachen so abgestützt und genau. Und habe dann das Ganze mit Klaren, mit Weißen und mit so einem Gold angerührt beziehungsweise habe da so ein bisschen versucht, nicht nur weiß das Ganze zu machen, sondern halt wirklich einfach so ein bisschen Abwechslung in diese Basis eigentlich reinzubringen. Da ist nicht ganz so viel von übrig geblieben, aber ich glaube, nur weiß, wäre wirklich zu langweilig gewesen und habe dementsprechend also da dann eben meine Abwechslung mit drin. Ich habe mich da so ein bisschen kreativ ausgetobt, habe auch hier wie immer eigentlich die Menge unterschätzt, habe also dementsprechend auch mehrfach anrühren müssen, damit dann die Basis, also die eine Schicht, wirklich schon gemacht wurde. Und dementsprechend hat es einfach auch immer ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Ich habe euch das Rühren zum Großteil einfach rausgenommen. Wie gesagt, ich will euch nicht mit zu vielen Infos zuballern, aber eben das Video selber ist halt einfach schon relativ lang, weil ich es für mich auch relativ detailliert gerne festhalten wollte und ich euch eben dazu dann eben das auch mitnehmen wollte, falls ihr das möchtet. Ihr wisst, ihr könnt bei YouTube schneller vorspielen, ihr könnt vorspulen und was auch immer alles. Also dementsprechend, ich bin da auch nicht traurig. Es ist einfach ein langes Video diesmal geworden und ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Und wenn es euch gefällt, logischerweise, ich freue mich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch über ein Abo, was ihr vielleicht da lasst, für das, was ich tue. Ich bekomme dafür übrigens immer kein Geld, wenn ich hier Videos hochlade. Ich mache es für mich selber. Ich mag es da einfach so ein bisschen, mich kreativ aus... Genau, also dadurch, genau. Freue ich mich natürlich, wenn dann da einfach so ein bisschen eine Art Danke rüberkommt. Ich habe eben mit einem Feuerzeug das Ganze versucht, die Bläschen auch so ein bisschen wegzumachen, wegzubekommen. Und dementsprechend war das dann so ein bisschen ebenmäßiger. Wobei, mit dem Epoxidharz, was ich jetzt nutze, ist die Bläschenbildung immer sehr, sehr gering. Klar, außer ich rühre jetzt extrem schlampig und bin da zu schnell unterwegs. Aber ansonsten funktioniert es sehr, sehr gut. Und habe da so ein bisschen dann so ein bisschen mein Handling auch gefunden. Mittlerweile, es passieren nicht so viele Bläschen. Und genau. Jetzt kommt ein zweiter Teil, den ich dann angefangen habe. Nämlich, ich habe so eine Herz-Bilder-Rahmen-Form, die ich sehr, sehr schön finde, die ich auch, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, den erzähle ich euch aber, wenn ich soweit bin. Aber ansonsten, ich liebe diese Form sehr. Ich mag sie so, wie sie auch von der Qualität her ist. Sie ist sehr fest, sie ist sehr stabil. Man kann damit ganz gut arbeiten. Und ich mag das Ergebnis davon eben auch sehr, sehr gerne. Ich mag dieses, ich habe hier zum Beispiel nur das Weiß genommen und freue mich da halt, dass ich also unten ein bisschen transparentes Harz. Ich mag dieses Ergebnis, dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Aber, ja, also sie lohnt sich auf jeden Fall. Nutzt die Form gerne, wenn ihr das möchtet. Ich muss mal schauen, ob ich euch die Form irgendwie verlinkt bekomme, weil nicht immer sind alle Formen noch da. Zum Teil habe ich sie auch zum Beispiel auf Etsy gekauft, wo ich dann eben halt nicht mehr den Link finde irgendwie. Ich glaube, dann gibt es die einfach auch nicht mehr. Und, aber ich gucke mal, falls ich euch irgendwie noch alles verlinken kann, mache ich das gerne. Zumindest da, wo ich einfach auch zu stehe und die wirklich auch gut finde. Also unten ist dieser Ständer, den ich da gerade gieße und oben ist das, wo man sich dann auch kreativ so ein bisschen austoben kann, wo das Herz dann eben in den Ständer reingestellt wird. Und genau, also dadurch. Ich habe so ein bisschen mit dem Stäbchen immer rumgerührt, aufgrund dessen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das arbeitet nicht so, wie ich es gerne wollte. Aber genau. Und hier habe ich noch eine andere Art von Herz. Und das ist es aber dann nicht geworden, weil ich es für mich jetzt so nicht so schön fand. Aber ich wollte es unabhängig davon trotzdem ausprobieren. Das ist so eine Art Herz, wo so ein Reagenzglas dann reinkommt und man Blumen zum Beispiel reinstellen kann. Also Blumen ist jetzt auch schon wieder ganz viel hochgegriffen, weil das ist ja relativ schmal, dieses Reagenzglas. Und da passt natürlich nicht so viel rein. Also da kann man ja zum Beispiel den Brautstrauß nicht reinstellen. Dafür ist es einfach zu klein gehalten und das geht nicht. Aber ansonsten, da habe ich mich mit goldenem Glitzer sehr ausgetobt. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt mitgefilmt hatte, wie ich es dann rausgenommen hatte, weil eigentlich beim Gießen wusste ich schon, das wird nicht auf das Hauchzeitsgeschenk raufkommen, beziehungsweise wird da nicht verwendet. Und aber es glitzert. Es glitzert unglaublich viel. Und genau, ich habe minimalen Glitzer, habe ich auch in das Herz mit reingemacht, aber eben auch nur minimal. Also ihr seht so ein bisschen, was übrig geblieben ist, damit da so ein bisschen auch da wieder Struktur ist, wie bei der Basis, bei dem Tablett. Und genau, dadurch, also nicht enttäuscht sein, wenn da jetzt beim Ergebnis, man sieht nicht mehr ganz so viel, aber dieses Glitzern war halt für mich schon ein Stück weit wichtig, damit es halt eben auch ein bisschen von dem Weißen eben auch so ein bisschen Struktur reingeht. Ja, bei den Basics von Epoxid-Tarts war ich ja stehen geblieben bei den Materialien. Ich habe, mag im Moment sehr die Becher, die nutze ich auch viel, viel öfter, als mal nur einmal. Ich habe kleine Becher, ich habe große Becher. Ich bin kein Typ Mensch, der irgendwie kiloweise Epoxid-Tarts anmischt, also deswegen reichen diese Becher für mich komplett aus. Bin auch im Moment sehr auf die kleinen Becher, weil ich da einfach so ein bisschen ein anderes Gefühl beim Gießen auch habe. Und, aber da hat jeder so ein eigenes Gefühl dann auch, was er braucht, wie es geht. zum Beispiel fürs normale Anrühren nehme ich zum Beispiel auch bei den Stäbchen immer die dickeren Stäbchen, diese Zungenstäbchen, glaube ich, die man auch so vom Arzt her kennt. Und dann gibt es eben noch die kleineren, die schmaleren. Die habe ich dann eben halt oft, wenn ich eigentlich schon angerührt habe, aber da dann die Farbe reinkommt, wo ich dann halt dann eben durch rühren kann. Und genau, also das sind dann so die wichtigen Sachen, die ich halt unbedingt brauche. Dann gibt es unterschiedliche Farben, eben auch Pulverfarben, Pastenfarben gibt es, also so in Pastenform. Dann gibt es Alkohol-Infarben, mit denen ich auch sehr gerne arbeite. Und genau, und dann, ihr seht links meine Waage. Ich habe zu Anfang mit einer normalen Küchenwaage immer abgewogen. Das hat sich irgendwann für richtig doof herausgestellt, weil die Küchenwaage natürlich nicht so genau abwiegt, wie jetzt diese kleine, doch sehr genauere Waage. Die hat zwei Kommastellen nach dem Komma und das hat meine Küchenwaage nicht gehabt. Und dementsprechend habe ich mir die dann tatsächlich angeschafft und die tut ihre Dienste, die macht das gut. Ich muss irgendwann aufpassen, weil natürlich bei jedem Angießen irgendwas kleckst immer. Ich glaube, das kennen viele, auch wenn man sich immer vornimmt, nein, da passiert nichts. Irgendwas kleckst immer. Und dass ich mir die da nicht kaputt mache beziehungsweise, dass ich im Zweifel sonst auch wirklich irgendwann nochmal auf eine neue umsteigen muss. Ja, und das sind so ungefähr die Materialien, die man so hat. Wie gesagt, da gibt es noch ganz viel Zubehör. Silikonformen gibt es gefühlte 100.000 und ich habe das Gefühl, 100.000 Formen liegen in meinem Schrank. Ich muss irgendwann mal aufräumen aufgrund dessen, weil ich einfach mal schauen will, was brauche ich noch und was brauche ich nicht oder welche Formen waren nicht gut. Aber auch da ist jeder Geschmack ja immer sehr, sehr unterschiedlich und da dürft ihr euch dann natürlich auch immer eine eigene Meinung bilden und genau. Ich habe mir für mein Herz habe ich solche Aufkleber mir bestellt. Ich habe sie tatsächlich bestellt. Ich kann es bisher nicht selber. Ich werde mir bestimmt irgendwann wird es darauf hinauslaufen, dass ich mir so ein Gerät selber kaufe, weil ich es einfach echt toll finde. Aber diese Aufkleber habe ich tatsache mir bestellt und da habe ich so eine Hand und den Namen von dem Brautpaar. Bei mir ist es jetzt Anita und Robert und habe das, also die sind so auf so einem Trans, ja wie heißen das, Transferfolie, so drauf. Das heißt, man zieht das ab und ich weiß nicht, wer das, ich kann das noch aus meiner Kindheit her, dass man das mal zum Stäbchen immer raufmacht. So kompliziert ist es hier gar nicht. Aber mir ist Tatsache leider bei dem Namen Robert so ein bisschen das nicht ganz abgegangen. Aber es sieht trotzdem gut aus, aber ich habe natürlich so ein bisschen vor mich hingeschimpft und habe gedacht, so eine Grütze. aber gut, sollte so sein und habe es dann eigentlich ganz gut retten können und dadurch habe ich hier so ein bisschen gestruggelt, weil es eben nicht so richtig abgegangen ist. Aber ich werde immer besser, also auch zum Schluss hin werdet dann noch sehen, ich habe ja bis zur Geschenktüte, habe ich ja alles fertig gemacht und konnte mich da so ein bisschen dran ausprobieren, wie es am besten funktioniert, auf was man vielleicht achten muss. Manche Sachen habe ich einfach vorher nicht gewusst, jetzt weiß ich, dass man es einfach, wie man es abziehen muss. Ich habe zum Teil, habe ich es eben von links nach rechts abgezogen, wenn ich gemerkt habe, das hat nicht funktioniert, dann habe ich es nochmal von der anderen Seite gezogen oder eben von unten nach oben oder andersrum. Also da gibt es so unterschiedliche Möglichkeiten, wie man es am besten macht, damit es halt eben nicht wie mir jetzt passiert eben, dass ich es dann halt ein bisschen mehr struggle habe als nötig. Es hätte, glaube ich, nicht so sein müssen, aber wie gesagt, es sollte so sein und ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem Ergebnis. So, ich habe so ein bisschen von meinem struggle euch rausgenommen und habe dann noch den anderen Namen drauf gemacht, nämlich die Braut und genau, damit euch das nicht zu wuselig dann ist und ich habe so ein bisschen, muss ich dazu sagen, noch ausbessern müssen mit einem Klebestift, deswegen steht er da jetzt auch und versucht da so ein bisschen das Ganze zu retten und habe es dann auch kurz trocknen lassen und habe dann aber ganz gut das hinbekommen, dass das dann eben nicht ganz so schlimm aussieht und genau. So, jetzt hatte ich ja das raufgeklebt gehabt auf das Herz und jetzt wird die nächste Schicht gegossen, wie ihr ja schon seht. und ich werde auch hier euch das Geschnippel, äh, nicht das Geschnippel, äh, das Ganze rausnehmen, wie ich jetzt anmische. Wie gesagt, falls ihr das gerne noch einmal sehen wollt, mache ich das gerne beim nächsten Mal, gebt mir dazu gerne einen Kommentar rein und dann sagt mir gerne, was ihr gerne noch mal detaillierter sehen wollt, auf was ihr achten müsst, weil das, äh, macht schon viel, viel aus, äh, gerade eben das Rühren ist das A und O vom ganzen Epoxidharz. Es ist zu Anfang sehr klar, dann, wenn man anfängt zu rühren, wird es milchig mit Schlieren drin, und, äh, man muss so lange rühren, bis eben die Schlieren wechseln, bis es nicht mehr milchig ist, sondern wirklich klar und dementsprechend, aber das würde ich euch, wenn ihr das gerne möchtet, auch gerne noch mal zeigen und euch ein bisschen mehr dazu sagen, gebt mir da, wie gesagt, gerne ein Signal und dann nehme ich euch da gerne auch noch mal mit. So, und nachdem ich fertig gerührt habe, kommt eine klare Schicht, ähm, Epoxidharz oben drüber, und, äh, damit die Aufkleber schon fest sind und das Ganze einfach noch mal schöner ist, und hier ist tatsache eben auch mein Fehler passiert, ähm, ich habe die Schicht zu dünn gehabt. Ähm, ihr werdet es noch mal sehen, wenn ich dann das Ganze zusammenbaue, ähm, ähm, ursprünglich war geplant, dass der Ständer von dem Herz, ähm, eingegossen wird und das Herz selber aber nicht, so dass das Herz immer wieder rausgenommen werden kann, vielleicht auch woanders hingestellt, weil vielleicht will man sich nicht alles behalten, aber vielleicht das Herz wenigstens, und, äh, und, äh, so war der Gedanke, aber dieses Herz selber war einfach zu dünn gegossen. Es ist, äh, mir ständig umgefallen und, äh, habe ich aber so nicht, weil ich wirklich diese Form zum allerersten Mal genutzt habe. Vielleicht hätte ich es vorher wirklich mal ausprobieren sollen und, äh, dann wäre mir das aufgefallen, da ich aber die Aufkleber schon drauf hatte und, ähm, keine neuen hatte, war das einfach nicht möglich. Das, äh, war für mich, äh, dann so ein bisschen, wie löse ich es dann am besten und das zeige ich euch ja dann gleich noch und, ähm, ja, war so ein bisschen, wo ich erst mal dachte, so blöd gelaufen. Aber gut, ich habe dann das Beste draus gemacht und ich glaube, das Ergebnis spricht dann auch für sich, dass, vielleicht sollte es so sein. Genau, und beim, auch beim Tablett, ähm, das Gold ist halt nicht ganz so zerlaufen, wie ich es halt gerne wollte und, äh, dementsprechend habe ich dann noch ein Stück viel, viel mehr von dem Weiß oben drüber gemacht, damit dieses, also ich fand dieses Gold halt, was da durchgekommen ist, fand ich viel, viel zu massiv für mich. Es sollte ja bloß so ein ganz schöner, leichter Schleier da drin sein und, ja, das war es leider nicht und dementsprechend habe ich eben mit dem Weiß nochmal nachgebessert, was ich persönlich sehr, sehr schön fand jetzt. Ähm, auch da finde ich, vielleicht sollte dieser Fehler so sein und, ähm, hat dann dementsprechend zu dem Ergebnis geführt und, wie gesagt, ich finde es persönlich sehr, sehr schön geworden, das Endergebnis und, wie gesagt, das werdet ihr ja dann noch sehen, so nach und nach, wie ich es dann gemacht habe. So, dann, ähm, habe ich es logischerweise mal aushärten lassen, das Epoxid hat, was ich nutze, dieses Resin vor Dekor, ähm, ist nach circa zwölf Stunden schon relativ fest, also, vielleicht so nach zehn Stunden, falls man mal eine Schale machen möchte und ansonsten aber eben halt nach zwölf Stunden schon relativ fest. ich nutze es immer erst nach 24 Stunden, weil ich sicher gehen will, dass es wirklich relativ gut fest dann auch ist und, genau. Ansonsten, hier ist der Ständer, hier seht ihr das Ganze, da hinten ist so ein bisschen dieses Ganze dann und hier seht ihr meinen Fehler. Yippie! Ich hatte erst überlegt, ach, gießt du nochmal neu? Dann hatte ich überlegt, äh, wie kann man es wirklich machen und, ähm, ich hab's auch festgeklebt letztendlich und, aber erst mal hab ich versucht weiterzumachen, wie sonst auch, nämlich, dass ich das Ganze mit dem schönen Goldstift, äh, den Rand drumherum gemacht habe. Für mich immer noch der beste Stift, ähm, ja, er hat einen gewissen Eingeruch, das schon, aber er deckt sehr gut, er, äh, malt sehr gut, also man hat wenig, es gibt ja manchmal so Stifte, wo das Ganze nicht so gut deckt oder sich die Farbe, man schiebt die Farbe immer hin und her. Das passiert mit den Stiften nicht und die habe ich in Gold, in Silber, in Rosé-Gold, ich glaube in irgendeiner Farbe noch, aber ich weiß es gerade nicht mehr genau und, ähm, für mich wirklich die besten Stifte, die man haben kann, wobei ich hauptsächlich den goldenen genutzt habe und, genau. Es zog sich natürlich so ein bisschen, ich hab so ein bisschen, äh, nicht nur den Rand, sondern eben auch, ähm, mit der Ecke dann das Ganze, die Kanten nochmal gemacht und ich finde, ähm, das hat das Ganze nochmal so ein bisschen aufgewertet und, ähm, genau. Ja, wie gesagt, das Herzchen war leider einfach zu dünn. Hätte ich mir, eigentlich hätte ich es mir denken können. Ja, rückwirkend kann man das immer sagen, aber, ja, wie gesagt, es sollte so sein. Ich hab's dann so ein bisschen festgeklebt, damit, äh, wenn ich dann das Ganze eingieße, weil ich mich dann entschlossen habe, eben das Herz mit einzugießen, dass mir das nicht umfällt beim Austrocknen, beim Aushärten und, äh, das muss man natürlich mit einbedenken, weil das, äh, funktioniert natürlich sonst nicht, wenn es umkippt, dann ist alles hinüber und, äh, dadurch immer dran denken, wie ihr dann zusammen das, äh, zusammenbaut, wenn ihr mehrere Komponenten oder Parts, äh, zusammenpackt, äh, dass das halt gut auch halten kann und, ja, dementsprechend habe ich's geklebt mit einem normalen Bastelkleber, falls jemand fragen sollte, also, weil ich wusste ja, da kommt Epoxidharz drüber und dadurch war da jetzt, ich musste keinen Sekundenkleber oder irgendwas nehmen, ich hab's einfach mit Standhaftigkeit festgehalten. So, und dann, nachdem das alles soweit ausgehärtet war, hab ich angefangen zu schauen, wie baue ich das Ganze jetzt zusammen und hab auch hier noch, äh, die, solche Aufkleber gehabt und hab dann so ein bisschen geschaut, wo kann ich sie platzieren bei den Aufklebern, es ist ein Gesicht und was war noch gewesen, die Zweige, äh, Hochzeitsdaten und ja, es sind zwei, weil letztes Jahr haben sie standesamtlich geheiratet und dieses Jahr haben sie kirchlich geheiratet und es, ähm, dadurch sind zwei Daten und ich finde, beide Daten haben ihre Berechtigung da zu verewigt zu werden, oh Gott, war das ein Satz, ihr wisst, was ich meine und hab also dementsprechend beide Daten da mit draufgenommen, weil ich einfach denke, das gehört einfach mit dazu. Ich hatte zwar gefragt, welche Daten sind da die wichtigsten für die beiden, aber sie haben zwar auch gesagt, letztes Jahr war wichtig, aber ich finde, ich glaube, dadurch da dieses Jahr noch nicht war, ist das vielleicht schwierig, dann zu sagen, das war es jetzt gewesen, der Tag war jetzt der wichtigste von uns und also, ja, und genau, und dann wollte ich ja noch schauen, ähm, genau, die Deko, ich hab's euch nicht mitgenommen beim Entformen, das tut mir leid, ich hab nicht dran gedacht und, ähm, aber ich hab halt auch die Blümchen da so ein bisschen platziert und dann steht da so ein kleines Fläschchen, das hab ich übrigens bei Depot gekauft, ich glaube, das gibt's so nicht mehr, ich fand es aber sehr, sehr schön, ähm, weil ich dort mein Geldgeschenk reinpacken wollte, das war dann irgendwie, später hab ich gemerkt, hm, war jetzt irgendwie doch nicht die schönste Lösung, aber gut, ich hab trotzdem mein Geld da irgendwie unterbekommen und hab's da jetzt reingepackt und, aber es war gar nicht so einfach, weil irgendwie da alles, was ich machen wollte, das hat nicht gepasst, da war das Geld drin, dann hat's so nicht mehr gepasst, äh, war der Rest der Deko drin, dann hat das Geld nicht mehr reingepasst und dementsprechend war das gar nicht so einfach, aber wie gesagt, ich hab's jetzt reinbekommen und damit war das dann auch gut so. Ja, dann hab ich noch kleine Steinchen gehabt, ich fand die sehr, sehr schlicht, sehr angenehm von, von der Farbe her, die hab ich auch bei Depot gekauft, ich glaub, die gibt's sogar noch, ich mag so eine Steinchen ja sowieso ganz gerne, ich hab auch so eine rötlichen Sand, äh, hab ich auch, aber den hab ich da jetzt nicht mitverwendet, aber wie gesagt, das war dann für mich, äh, die mit den Steinchen wirkte das sehr, sehr, sehr schön und da hab ich auch das Herz, äh, so ein bisschen mit den Steinchen umrahmt und damit auch da dieser, dieses Stützen Halt des Herzes, weil ich natürlich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf hatte, hoffentlich fällt dieses Herz nicht um und, ähm, aber es ist, kann ich schon vorwegnehmen, es ist nicht umgekippt und, aber so hab ich erst mal die Steinchen, ich hab die überall so ein bisschen auf, wo so kleine Makel waren, hab ich damit ganz gut das Ganze, ähm, vertuschen können, es gab ja so ein paar Ecken, wo das Harz nicht so schön hingekommen ist, wie ich es gern wollte und dementsprechend konnte ich das mit den Steinen ganz gut hinbekommen, dass das nicht zu sehen ist und dementsprechend hab ich dann so ein bisschen, ähm, Harz wieder angerührt und hab das Ganze dann, also klares Harz war es diesmal, da hab ich wirklich nur mit klarem Harz dann das Ganze übergegossen beziehungsweise hab so ein bisschen vorher schon so kritische Stellen hab ich da schon ein bisschen explizit nochmal bearbeitet, eben das Herz zum Beispiel, dann hab ich die bestimmten Ecken nochmal ordentlich, ähm, mit berücksichtigt, hab's dann teilweise eben auch nochmal, ähm, kurz sacken lassen, das ganze Harz, damit's halt auch in die ganzen Lücken mit reinkommt und war jetzt gar nicht so einfach, ich hab's mir immer viel, viel leichter vorgestellt, aber es ist trotzdem ganz gut geworden. Ich hab die Blümchen, glaube ich, rückwirkend würde ich vielleicht nicht ganz so tief eingießen, aber das macht's jetzt nicht schlecht. Das ist jetzt einfach nur eine Geschmackssache, ne, und, ähm, macht's jetzt nicht unbedingt, dass es nicht gut aussieht, sondern einfach nur war jetzt so rückwirkend, wo ich dachte, hm, aber wie gesagt, man hätte sie jetzt auch komplett eingießen können, was ich nicht getan habe, also dementsprechend, ja. Es tut mir übrigens total leid, wenn ich euch heute zu viel rede. Übrigens, das, was ich da gerade mache, mit dem Auskratzen aus dem Becher, um nochmal auf die Basics des Epoxidharzes, äh, zurückzugehen, ähm, sollte man wirklich nur machen, wenn man sich sehr, sehr sicher ist, dass man auch wirklich gut gerührt hat, nämlich rühren auch am Becherrand immer wieder und am Becherboden, dass alles sich vermischt hat, dass nichts hängen geblieben ist an roh, ungemischten Material und, äh, dementsprechend, äh, da immer schauen, ansonsten gerne umfüllen, das mal raten viele, äh, andere. Ich finde umfüllen für mich jetzt immer nicht ganz so praktisch, aber dadurch habt ihr da bestimmt, äh, dann irgendwann auch ein Gefühl für, wie könnt ihr es am besten machen. Ja, ich hab jetzt dann entformt, wie gesagt, ich mag das Ergebnis, ihr könnt mir gerne reinschreiben, gefällt euch das auch und, ähm, dadurch ist es für mich wirklich ein unheimlich schönes Geschenk jetzt einfach geworden, wo ich hoffe natürlich, dass es dem Brotpaar auch gefällt. Achso, ich, äh, schneid mal von dem, auch hier mache ich nämlich, äh, den Rahmen mit so einem Goldstift wieder, äh, so wie ich es beim Herz auch gemacht habe. Ich nehme mal ein bisschen was von raus, aufgrund dessen, weil ich tatsache manchmal einfach dusselig in der Kameraführung dann bin, nämlich, weil ich das dann falsch in der Hand habe, dann seht ihr nämlich sowieso nichts und dementsprechend schneide ich einfach ein bisschen was raus. Ich übe noch, ich bemühe mich, dass ihr da ein bisschen besser das seht, wenn ich so eine Sachen dann mache, dass ihr da ein bisschen detaillierter, äh, das Ganze dann habt und vielleicht auch seht, wie ich es mache. So, hier habe ich nämlich festgestellt, ab dem Zeitpunkt habe ich es, glaube ich, ein bisschen besser gehalten. Ähm, ich habe auch hier den Rahmen, also die Kanten gemalt und habe dann nochmal oben so eine halbe Stiftbreite nochmal nachgemalt, ähm, sodass dieses, äh, Gold eben nicht nur am Rand, sondern eben auch am, ein Stück weit oben zu sehen ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ähm, weil ich das so ein bisschen hübscher fand von der Art und Weise her und dadurch habe ich mich dann so beholfen. So, hier war ich schon, ich habe ein bisschen später angefangen zu filmen, einfach aufgrund dessen, weil ich wirklich hin und her gewuselt bin und habe dann irgendwann vergessen, als ich bei meiner Endlösung war, äh, das Ganze dann, ähm, zu filmen. Ich habe mich letztendlich entschieden, das Geld in so ein Geschenkband, was so ein bisschen breiter ist, einzurühren, einzurühren, ja, ähm, einzudrehen und, äh, das Ganze dann mit den Steinchen nochmal aufzufüllen, sodass das Geld einfach nicht komplett gleich zu sehen ist und selbst wenn sie es jetzt aufmachen, habe ich, ähm, eine gelbe Blume oben drauf gemacht, eine Trockenblume, sodass sie einfach, wenn sie reingucken, denken sie, okay, was ist das? Und, äh, ich hoffe, sie finden das dann trotzdem, ähm, also ich hoffe auch, dass das Geld nicht kaputt geht und, 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 aber, genau, ähm, ich fand's dann für mich, mit den Steinen kann man eben auch noch ein bisschen was machen, man kann das als Deko drinne lassen, äh, man kann damit andere Basteleien machen, meine Freundin bastelt ja auch manchmal ein bisschen und, ähm, ja, falls sie die Steine nicht braucht, kann sie mir die natürlich auch gerne wiedergeben. Ja, genau, aber, genau, also, wie gesagt, ich habe so ein bisschen gestruggelt, äh, es war nicht ganz so einfach, aber, was soll's. Genau, hier habe ich meine Trockenblumen, ähm, genommen, und, ähm, damit kann man unheimlich viel schöne Sachen mitmachen, und, ähm, falls ihr euch übrigens fragt, warum ich das nah vertone, ich höre, wie immer, meine Hörbücher nebenbei, und, äh, vergesst dann eben einfach zu reden, ähm, und dementsprechend habe ich immer gedacht, ach, dann vertone ich halt nach, dann funktioniert es besser, dann kann ich euch erzählen, was ich da gemacht habe, und, genau. Hier habt ihr jetzt mein Ergebnis, und ich finde es echt schön, das ist also so das Endergebnis, und jetzt zeige ich euch noch, wie ich die Geschenktüte gemacht habe, weil es ist gar nicht so einfach, eine Geschenktüte zu finden, die für diese Größe gedacht ist, dass die halt dementsprechend passt, klar, wäre jetzt schöner gewesen, ich kaufe eine, ich stelle das Geschenk rein, und dann wäre für mich das okay gewesen, war es aber nicht, ähm, es gab nämlich keine Geschenktüte, also zumindest nicht bei mir, wo ich geschaut habe, ich habe unheimlich oft, ich habe auch bei dem großen A geschaut, und, äh, wollte es dann bestellen, ich habe weiße Tüten gefunden, und fand das dann so ein bisschen schade, weil nur weiß finde ich halt so ein bisschen langweilig, wollte es jetzt aber auch nicht komplett zuklatschen mit irgendwelchen Dekosachen oder so, habe es also auch sehr schlicht gehalten, finde ich, vielleicht andere sagen, nein, ist zu viel, aber gut, äh, und ich hatte noch Aufkleber mit dem Namen, mit den Hochzeitsdaten und mit diesen Hand und mit dem Gesicht, und ich dachte, Mensch, was willst du später noch damit machen, nutzt es doch am besten für diese Tüte, und das habe ich dann dementsprechend auch gemacht, habe es also, ähm, da drauf gemacht, und es ging tatsache auch ziemlich gut diesmal beim Abmachen, beim Datum ging es ein bisschen schwierig, ansonsten habe ich viel, viel dazugelernt vom letzten Mal, vom Tablett und von dem Herz, wo ich es drauf gemacht habe, und, ähm, dadurch war das dann gar nicht so schwer diesmal, und, genau, also es hat sich gelohnt, äh, dann auch noch mehr als Ersatz von den Aufklebern da zu haben, wie gesagt, irgendwann wäre ich es auch alleine können, dann hätte ich mich vielleicht auch noch mal ein bisschen anders kreativer ausgetobt, weil natürlich, wenn man bestellt, hat man bestimmte Einschränkungen natürlich, und, aber ansonsten fand ich es für mich jetzt die beste Lösung und auch die schönste, weil wer weiß, ob ich es gleich so hinbekommen hätte mit dem Gerät, ich muss noch schauen, welches Gerät ich mir dann kaufe und wenn es mein Gehalt zulässt, weil die Geräte sind tatsache nicht ganz so günstig, zumindest nicht den, den ich jetzt im Auge habe, und ich muss noch mal schauen, wie es am besten funktioniert, weil auch da ist viel Technisches, was ich bei der denken muss, und dementsprechend, da muss ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen, da gibt es aber von dem einen Gerät, gibt es ja auch einen Laden in Berlin, und vielleicht werde ich da einfach mal vorbeigehen und mir ein paar Sachen erklären lassen und zeigen lassen, und nicht nur, was sie können, sondern ich hoffe, dass ich dann an eine Verkäuferin oder einen Verkäufer gerate, der einfach auch ehrlich ist und mir sagt, da bitte drauf achten, da macht es keinen Sinn, das zu nutzen, oder Achtung, da ist es doof, ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ich mag halt nicht, wenn man mir immer nur sagt, oh, das Gerät ist so toll und super, und mir aber eben nicht sagt, wo vielleicht auch Probleme auftreten können, gerade wenn ich mit meinen Sachen, was will man machen, wie will man es machen, funktioniert das mit so einem Gerät, und es gibt immer wieder Verkäufer, die wirklich nur die Vorteile, die sagen aber eben nicht, ja, vielleicht macht das andere Gerät dann doch mehr Sinn, zum Beispiel, weil von der Firma gibt es eben auch unterschiedliche Geräte, und ich will euch jetzt noch gar nicht sagen, welches Gerät ich im Auge habe, weil ich muss mir da erst noch Gedanken drüber machen, ich will da weder eine Empfehlung machen, noch irgendwas, ich finde die Geräte generell einfach nur spannend, was man eben mit so Sachen eben machen kann, sind so eine Plottergeräte, wo man eben halt ganz, ganz viel machen kann, und ja, und da gibt es eben auch unterschiedliche Firmen. Ja, jetzt nachdem ich dann die Aufkleber drauf hatte, habe ich gedacht, okay, irgendwie fehlt mir noch ein bisschen was, und wollte noch ein bisschen Farbe reinhaben, und ja, habe dann in meiner Aufkleberkiste noch gesucht, und habe Tatsache Herzchenaufkleber noch gefunden, und die sind zwar alle in rosa, wer mich kennt, rosa und ich, nein, aber das war dann eben doch in Ordnung, weil das passte jetzt ganz gut, und habe dann eben noch ein paar Herzchen draufgeklebt, so, und dann habe ich halt, ich bin so ein bisschen ein kleiner Nerd, habe ich also auf jeder Seite die gleich viel Anzahl an Herzingen draufgeklebt, ja, was soll ich sagen, gleiche Anzahl und eine gerade Zahl läuft bei mir, aber wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz schön geworden jetzt, dafür, dass ich nicht so richtig eine Ahnung hatte, was ich jetzt am besten mache, ich hätte es vielleicht auch gerne noch angemalt mit dem Goldstift, aber da habe ich mich nicht reingetraut, und dementsprechend habe ich dann gedacht, okay, ich habe dann logischerweise noch ein paar Fotos von gemacht, damit ich auch fototechnisch ein paar Erinnerungen habe, und habe es dann in das Tütchen reingemacht, und wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schön geworden, ich hoffe, euch hat das Video so ein bisschen gefallen, ihr habt vielleicht ein bisschen Spaß dran gehabt, und konntet dann so ein bisschen auch schauen, was ich gemacht habe, zum Schluss habe ich noch ein bisschen Seidenpapier drüber gemacht, weil damit man nicht gleich reinschauen kann und sieht, was drin ist, und hatte mir da so ein hübsches Seidenpapier, ich habe ein paar Meerblätter genommen, weil ich relativ viel davon auch hatte, da habe ich gedacht, ach, damit kann man es gut blickdicht reinmachen, und genau, ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen, wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben oder ein Abo da lassen, gerne auch ein Kommentar, ich freue mich natürlich, und ich freue mich, falls ihr nächste Woche wieder dabei seid, immer sonntags um 12 wird das Bastelvideo hochgeladen und um 16 Uhr dann das Musikvideo ansonsten bis bald, tschüss!